Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen und Kolleginnen, ich glaube, die leuchtende Zeit, die Herr Rehbaum im Prinzip für die Zukunft erwartet, die haben wir schon lange. Denn, ja, ich werde auch nachher in meinem Vortrag im Prinzip darauf noch einmal zurückkommen. Heute vor 20 Tagen haben wir in diesem Haus den Bericht der Enquete-Kommission Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen zur Kenntnis genommen. Ausführlich haben wir vor 20 Tagen über die in der Kommission diskutierten Verbesserungsvorschläge und notwendigen Maßnahmen bereits hier im Hause gesprochen. Dabei ist die vorangegangene Debatte über den ÖPNV in NRW kaum länger her, verglichen mit den üblichen zeitlichen Maßstäben im ÖPNV, etwa für Fahrzeugnutzung oder das Herstellen der Schieneninfrastruktur. Denn Mitte Dezember 2016 hat der Landtag NRW das 8. Gesetz zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes NRW beraten und beschlossen. Zwei große Debatten zum öffentlichen Personenverkehr innerhalb gut eines Monats, das ist in anderen Bundesländern keineswegs der Fall. Für mich spiegelt es den Stellenwerk wider, den der ÖPNV in Nordrhein-Westfalen für Rot-Grün hat. Bei genau dieser Diskussion des ÖPNV-Gesetzes Mitte Dezember sprachen wir und ich persönlich über die neu ins Gesetz aufzunehmenden Fördertatbestände. Wir sprachen auch von § 13 Absatz 1 Nummer 3, in dem es wörtlich heißt, ich zitiere, drittens Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Erneuerung der Infrastrukturen von Stadt- und Straßenbahnen sowie dem SBNV dienenden Infrastrukturen öffentlicher und nicht bundeseigener Eisenbahn. Was bedeutet das im Klartext? Dies wurde als Problem schon lange erkannt. Darauf müssen wir nicht hingewiesen werden, nicht von Piraten, nicht von der CDU. Es gibt die Notwendigkeiten, Kommunen mit einer Stadtbahn beim Erhalt der Infrastruktur zu unterstützen. Denn die Kommunen, die das Vornehmens betrifft, sind selten in der Lage, alleine notwendige Sanierungen stemmen zu können. Sie müssen sich aber auch die Frage stellen, ob alle teuren unterirdischen Anlagen aus den 1960er und 1970er Jahren wirklich notwendig und zukunftsfähig sind. Wir haben dies erkannt und darum bereits im Dezember im Gesetz neu diese Fördermöglichkeiten für die betroffenen Kommunen geschaffen, damit die Finanzmittel für die Sanierung ihrer Stadtbahnstrecken von ihnen akquiriert werden können und diese für zukünftige Generationen bewahrt werden. Dafür ist es mit Sonderprogrammen des Landes nicht getan, die hier die Piraten beantragen. Deshalb geht auch dieser Teil des Antrags, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, leider fehl. Sollzu-Sondermitteln und Programme sind im Regelfall die ersten, die bei Finanzknappheiten dann durch das jeweilige Finanzministerium auch einkassiert werden können. Darum bezogen wir Grüne im Landtag NRW eine solide gesicherte Finanzierung innerhalb der ÖPNV-Gesetze gegenüber Sondertöpfen im Landeshaushalt. Und wenn wir schon von mehr Mitteln reden, dann möchte ich auf etwas hinweisen. Rot-Grün hat mehr Geld für den ÖPNV in NRW organisiert, rückwärten seit 1. Januar 2016 haben wir mehr Mittel für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen. Der Anteil Nordrhein-Westfalens an den Regionalisierungsmitteln des Bundes wird bis 2030 schrittweise auf 19 Prozent steigen. Dieser Mittelzuwuchs ist erheblich und muss sinnvoll investiert werden, statt wie ein Nimmersatt nach immer mehr zu schreien. Zusammengefasst, wir sind schon dabei und haben schon mehr. Deshalb lehnt die Fraktion Grün im Landtag NRW den Antrag der Piraten ab. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass wir in drei Monaten zum dritten Mal über den ÖPNV in NRW diskutieren konnten. Er hat es verdient. Vielen Dank, Herr Kollege Beul. Vielen Dank, Herr Kollege Beul.